...Hafen 18 Grad gemessen, Bremerhafen Altbürger 17 und Cupshafen an der Kugelwagte 17 Grad. Heute ist eigentlich so ziemlich, ja, alles möglich, Sonne, Wolfen, Regen im Mix, bei maximal 19. Der Emotivre-Futter-Check wird präsentiert von Zeissner Ketchup aus Grasberg. Egal wie es kommt, hier um den Zeissner geht immer, seit nunmehr hunderten Jahren. Der Emotivre-Futter-Check, keine Staus und Behinderung. Der Emotivre-Futter-Check für Bremen, Bremerhafen, Oldenburg, Autumzug. A27 wird geblitzt, da reden wir in Richtung Bremerhafen, zwischen Bremerhafen, Sieg und Bremerhafen, Giesel, Minde, für Parkplatz. B-Kommunik 10 auftasten, da wird es in der Nostwicklung kurz in der Tatanke geblitzt. In Bremen auftasten, von Banzerbringer-Hemmeling, da steht Blitzerstadt auswärts, kurz vor der Autobahn. Und in Rukholzberg auch noch ein Blitzer auf der Ruderstraße und einwärts im Fußballplatz. Das ist es von sich, das sei denn hier noch ein Update in Sachen Stausbeänderung. Oder vielleicht habt ihr noch mehr Blitzer gesehen, da man kurz Blutungen und die anderen Bahnen kostenlos. Unterhol ab 110, 22, 400. Danke schon dafür, euch hier befreitert mit Energy mit E-Mann am Freitag. Und gleich in 8 Minuten kommen wir zu einem kleinen Zufall. Von der Meerbeginn und Verragung in 8 Minuten ist der Klaaschen Moin. Energy, Energy, Energy. Energy, Energy, Energy. Hey, I heard you want a bad one? Ooh, took your hope in freedom, show me how to, I want 않고 down you look ago. Over you. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020